Papa lebt. Und woher weißt du das? Weil ich ihn gesehen habe. Wenn du ihn sehen kannst, kann ich ihn dann auch sehen? Ja. Du kannst ihn auch sehen. Ich muss Max noch anrufen. Mhm. Du musst nicht gehen, wenn... Ich weiß. Nina? Hast du die ganze Zeit am Telefon gesessen und gewartet? Doch, ja. Ich habe es ihr gesagt, ja. Es geht ihr gut. Das ist... Das ist ja wundervoll. Und was hast du ihr erzählt? Na ja, die Wahrheit. Also... Na ja, ich habe ihr natürlich nicht alle Details erzählt, aber... Ich habe ihr gesagt, dass du gefangen warst und deshalb nicht zu uns kommen konntest. Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass sie dich vermisst hat. Na ja, ich habe gedacht, es ist besser, wenn sie sich erst noch mal ein bisschen beruhigt und eine Nacht drüber schläft. Ja, natürlich. Völlig richtig. Paula freut sich auf dich. Hat sie das gesagt? Ja. Ja. Ja, wann soll ich kommen? Ja, so gegen Mittag. Soll ich irgendwas mitbringen? Na, mir fällt jetzt nichts ein. Ja, bis dann. Ja? Danke. 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 Danke.